Kennt ihr noch diesen jungen Mann hier? Falls ihr den Dachvlog gesehen habt, dann kennt ihr ihn vermutlich. Und zwar, Josef, du warst in Köln mit am Start, ne? Genau, das war ja vor ein paar Monaten. Da war der David mit dem Pumpkin-Team auf der Dachtour. Dann dachte ich mir, ja, schauen wir mal vorbei in Köln. Und das wird ja gleich eingeschritten. Genau, das rennen wir jetzt hier ein. Dann seht ihr nämlich Josef damals, natürlich auch schon vorbildhaft, in Ralf-Loreen. Jetzt machen wir kurz den Einblender. Wie fandest du es? Es war extrem lehrreich, also die Informationsmenge war sehr hoch. Ich habe heute sehr viel mitnehmen können. Und dementsprechend werde ich mich auch wahrscheinlich beim Elite-Coaching jetzt sofort anmelden. Das ist keine bezahlte Werbung, ich meine das todernst. Und ja, das liegt. Das würde ich jedem ans Herzen legen, der sich Davids Videos mal anschaut und mal so ein bisschen Interesse hat. Und dann sehen wir ihn in circa neun Monaten in der ersten Progress-Story, würde ich sagen. Ja, hoffentlich. Genau, wie ihr im Einblender gesehen habt, vorbildhaft mit Ralf-Loreen. Du hast den halben Store aufgekauft, oder? Genau, ja. Vorbildlich, wie es David auch immer gesagt hat. Genau, denn, was sehr, sehr coole ist, Josef, sag mal vielleicht ein, zwei Sitze kurz zu deiner Ausgangssituation. Ja, also meine Ausgangssituation ist auf jeden Fall die, keine optimale, eher suboptimal. Ich hatte ein Abitur von 3,2 und habe auch relativ spät oder plane relativ spät mit dem Studium zu beginnen. Jedoch habe ich dann, also ich habe jetzt ein Gap hier. Genau. Du hast jetzt quasi dein Abi gemacht, echt in den Sand gesetzt. Dann warst du bei Meet & Greet in Frankfurt, hast auf Video gesagt. Ich melde mich auf jeden Fall zum Coaching an. Das war keine leere Floskel nur fürs Video, sondern er hat sich auch angemeldet. Und jetzt, zwei Monate später, zweieinhalb Monate später, hast du die Zusage für ein M&A-Praktikum vor dem Studium. Genau. Trotz diesem Abitur. Genau. Und dafür werden wir jetzt nachher eine Progress Story filmen. Aber jetzt fahren wir erstmal noch zum Döner. Denn, ich hatte auch in dem Vlog gesagt, wir wurden danach noch eingeladen, nämlich von Josef. Und meinem Kollegen, der auch im Video war, der ist noch nicht im Coaching. Der ist noch nicht, aber den bringen wir auch noch rein. Der muss auch noch rein. Ihr habt uns eingeladen zum Kebabland in Köln. Und wir hatten schon gesagt, okay, du meintest, wenn es bei dir läuft, dann machst du auf jeden Fall eine Progress Story. Und es lief nochmal vielleicht besser, als wir erwartet hätten, muss ich sagen. So, M&A-Praktikum vor dem Studium geht schon. Aber normalerweise sind das eher die Kandidaten mit dem Top-Abi und nicht mit dem 3-2-Abi. Aber da sieht man, was alles möglich ist. Das heißt, wir fahren jetzt zum anscheinend besten Döner in Frankfurt, wo ich schon ein paar Mal war, der echt nicht schlecht ist. Und auf dem Weg dahin sprechen wir vielleicht so ein bisschen darüber, wie dir das Elite-Coaching geholfen hat. Geben wir euch da ein paar Insights und dann genießen wir da gleich einen leckeren Döner. Genau. So, der Laden, wo wir jetzt hinfahren, Josef, heißt Ton-Buhl-Grill. Also alle, die hier das Video angucken, wegen bester Döner in Frankfurt, hat schon was, der Döner, muss man sagen. Ich bin darauf aufmerksam geworden, wegen so einem TikTok, was ich angeschaut hatte, zufällig. Benutzt du TikTok, Josef? Ja. Ja, Kai, du musst dich abgewöhnen direkt für das Studium an der Frankfurt School, sonst wäre das nix. Das stimmt. Und dann, also ich habe halt das Problem, weil ich selber auch TikToks mache, bin ich da dann ab und zu unterwegs. Und da hatten dann welche so geschrieben, wir fallen zum besten Döner in Deutschland oder so, haben die geschrieben. Da habe ich so Kommentare angeschaut, wo ist der? In Frankfurt. Und ich als Frankfurter musste natürlich da mal testen und irgendwie habe ich den noch nie davor ausgetestet, obwohl ich jetzt schon seit sechs Jahren oder so in Frankfurt wohne. Der ist sehr zentral, in unserem neuen Office ist es natürlich kein Problem, aber in unserem aktuellen Office ist es ein bisschen Act. Aber nachdem du uns damals zu Kebabland eingeladen hast und wir heute auf jeden Fall ein gutes Praktikum zu feiern haben, müssen wir den schon mal austasten. Ich danke dir und das habe ich gerne getan. Und ich hoffe für alle Bonner und Kölner, die zuschauen, dass der Döner wenigstens halb so gut ist wie der Mangal Döner. Mangal Döner ist der von Lukas Bodolski, ja? Genau der, genau der. Ja, wir waren nämlich gestern in Köln bei einem Dreh mit einem Firmenpartner von uns, da sind wir auch, der war 50 Meter entfernt von dem Mangal Döner. Aber da war ich noch nie, ist der auch gut, der Mangal Döner? Ja, der ist sehr gut, der ist sehr gut, den empfehle ich jedem. Da musst du auch mal wieder zu uns kommen, dann lade ich dich da ein. Sehr gerne. Bei dem Tonbul Grill, da ist halt das Coole, der macht die Dönerbrötchen, so richtig lange wie so Schiffe, so selbst gemacht. Der macht nicht so der typische Dönerbrot, sondern so ein langes Ding. Und der macht ganz wenig so hier so diese Joghurtsoße und so drauf, sondern weil das Fleisch so aromatisch ist, da macht er noch so eine Zitrone aus und so ein paar Rucola-Blätter. Schmeckt echt sehr frisch, also schmeckt sehr frisch. Ist aber auch gut teuer, kostet glaube ich 8 Euro inzwischen der Döner. Also Inflation ist auf jeden Fall da. Aber dann erzähl doch mal noch so ein bisschen, was war für dich so am Ende des Tages so der ausschlaggebende Grund, warum du dich dann ins Coaching für angemeldet hast? Du warst da in Köln da und was hat dann so den Ausschlag gegeben für dich? Ja, also bei mir war das so, ich habe tatsächlich erstmal ein paar Ads auf YouTube gesehen, also die Werbungen von euch. Da gibt es ja diese eine coole Werbung, das ist so animiert, das fand ich dann sehr cool. Bin dann auf euren Kanal gestoßen, habe mir dann die ganzen Videos angeschaut und gemerkt, hey, schau mal Josef, das ist ja sowieso die Richtung, die dich sehr interessiert und der David und das ganze Pumpkin-Team, die können dir dabei sehr gut helfen. Dann habe ich dann mit dem Gedanken auf jeden Fall gespielt, beim Elite-Coaching halt mitzumachen, bis ich dann bei der Dachtour dann in Köln war und wie man das ja dann auch beim Video sehen konnte, habe ich das ja dann sehr gelobt und vor allem auch die Professionalität und auch sehr viele Insights gesehen, speziell zu Bewerbungsunterlagen, Interview-Prozessoptimierungen und so weiter. Und das hat mich dann am Ende dazu veranlasst, nochmal darüber nachzudenken und dann habe ich mich dazu entschieden, beim Elite-Coaching teilzunehmen. Gut, und du hast es natürlich live im Video gesagt, dass du dich anmelden wirst, das heißt, es blieb ja am Ende des Tages auch nichts anderes mehr übrig. Genau. Das heißt, dann hattest du ganz normal die Status-Quo-Analyse, ich glaube mit ONUR. Genau. Wie fandest du das? Das war super, also bei der Status-Quo-Analyse, da wird nochmal auf die Situation, auf die individuelle Situation geschaut und da wird halt immer abgemacht, ob das dann so klappt oder nicht und ja, das war super. Ja, und dann sind wir quasi ins Elite-Coaching gestartet. Das heißt, Target-Tour war irgendwann Ende November, Anfang Dezember. Da warst du, glaube ich, so Mitte Dezember im Coaching, ne? Genau. Wann hat es die Zusage bekommen für das M&A-Praktikum? Ja, das war Ende Januar. Ende Januar, das heißt, anderthalb Monate nach Coaching, M&A-Praktikum vor dem Studium mit einem 3-irgendwas-Abi. Wie sind wir da rangegangen? Vielleicht kannst du mal so den Leuten so ein bisschen so den Prozess erklären, natürlich jetzt hier keine Inhalte verraten, aber es ist, glaube ich, auch ein bisschen schwer, in fünf Minuten die Inhalte zu verraten, aber quasi so ein bisschen den Prozess. Wie sind wir da rangegangen und was waren so irgendwie Punkte, die du vielleicht anders gemacht hättest, wenn du es irgendwie alleine gemacht hättest? Also vorab, ich hätte natürlich alles anders gemacht. Also ich habe das auch ganz am Anfang, wo ich beim Coaching dabei war, dem David und dem Jonas und dem ganzen Pumpkin-Team so erklärt, dass ich mit dem Coaching etwas suche, was mich so an die Hand nimmt durch die ganzen Prozesse und ich mich dadurch kontinuierlich immer verbessern kann. Und beim Coaching war das dann halt so, wir haben uns meine Situation angeschaut und haben uns mögliche Szenarien, haben die Jungs mir dann vorgestellt und dann sind wir diese Szenarien durchgegangen, sprich, bewirb dich mal bei dem und dem und dem Unternehmen und mir wurde halt auch offen und ehrlich gesagt, aufgrund meines Abischnittes kann ich mich jetzt auch nicht bei den Top-Playern direkt bewerben. Das habe ich dann natürlich angenommen und verstanden und dann haben wir uns die Interviewprozesse nochmal genauer angeschaut. Fachliches Wissen, technisches Wissen, sprich, also das haben wir uns dann alles angeschaut und dann kamen wir dann zum Interview, beziehungsweise nach der Einreichung der Top-Bewerbungsunterlagen, die dann der David auch mit mir optimiert hat. Ja, dann wurde ich halt eingeladen und dann kam die Zusage. Hättest du dir vorgestellt, irgendwie, bevor du irgendwie dabei warst, dass das Coaching so abläuft, irgendwie, dass wir uns einfach so in den Calls da persönlich miteinander austauschen können, dass du mit dem Jonas irgendwie Fragen stellen kannst, so Accounting, Valuation-Fragen. Wie war das so im Fall, also wie ist es so dabei zu sein versus die Erwartungen, die du initial hattest ans Coaching? Ja, es war auf jeden Fall, es hat alle meine Erwartungen 100%ig übertroffen, denn ich wusste tatsächlich nicht, dass das Elite-Coaching so individuell auf einen zugeschnitten werden kann. Sprich, bei jedem Call, also die Calls, die sehr oft die Woche stattfinden, hat man dann immer sehr individuelle Gespräche mit dem ganzen Pumpkin-Team. Die wissen dann genau, was man macht, was man vorhat, was man gemacht hat und geben einem dann sogar noch Ratschläge, vielleicht Verbesserungsratschläge, alles drum und dran und das hätte ich mir beim besten Willen nicht ausmalen können. Ich dachte, das ist jetzt eher so eine Art Coaching, was man generell kennt, so ja, schau dir mal ein paar PDF-Dateien an und das war es, aber es war definitiv nicht so. Ja, ich glaube, mit nur ein paar PDF-Dateien, wie die Leute immer sagen, so der klassische Studierende, der sich noch nicht so wirklich mit Pumpkin beschäftigt hat, von wegen, ja, da kann man ja auch ein bisschen googeln. Ich glaube, das würde nicht so gut funktionieren, wenn das immer so ein bisschen googeln wäre. Auf keinen Fall. Also, die Jungs haben da auf jeden Fall 100% Gas gegeben, dem Studierenden oder sogar jetzt bei mir, dem jungen Mann, der nicht mal im Studium ist, alles top zu erklären und einem mal da an die Hand zu nehmen. Ja, aber es ist echt nice. Vielleicht kannst du ein, zwei Sätze noch zu der M&A-Boutique sagen, wo du Praktikum machen wirst? Genau, das ist eine führende M&A-Boutique, sprich Unternehmensberatung im Raum Köln-Bonn. Und ja. Wie viele Mitarbeiter haben die so in etwa? 25, glaube ich. 25 Mitarbeiter, das heißt, es ist auch nicht so ein M&A-Praktikum bei einer irgendwie frisch gegründeten M&A-Boutique, sage ich mal, die einen 30-jährigen M&A-Berater hat oder sonst was, sondern es ist eine ganz normale M&A-Beratung, wo man normalerweise auch ziemlich glücklich wäre, wenn man nach dem zweiten Semester ein Praktikum macht. Und jetzt durch die passende Auswahl von Unternehmen, durch die Erstellung von sehr, sehr guten Bewerbungsunterlagen und durch die sehr gute Interviewvorbereitung, konnte es jetzt eben schon vor dem Studium klappen. Du willst an die FS gehen? Genau. Warum? Die FS, ja, also erstmal mein Abitur ist jetzt nicht sehr optimal für die Uni Mannheim oder andere Target-Unis, sprich die staatlichen. Dementsprechend musste ich da erstmal auf die Privatlichen, also umsteigen. Und ja, die FS bietet halt das Beste, was man sich halt vorstellen kann. Es ist halt der Finanzstandort Frankfurt, das Curriculum ist super. Und noch ein wichtiger Faktor ist, dass da einige Leute vom Elite-Coaching schon dabei sind. Und wie der David es in vielen Videos ja auch immer anspricht, beim Elite-Coaching ist es ja nicht nur, dass man gecoacht wird, darauf Praktika und so weiter zu bekommen, sondern das ist ein wirklich sehr breit gefächertes Netzwerk an genauso ambitionierten Studierenden oder Leuten halt auch im Gap hier. Und ja, da findet man viele dieser Leute auch. Ja, ja. Ich glaube, einige waren sogar sehr untertrieben. Ich glaube, zumindest aus dem aktuellen First-Year-Jahrgang ist gefühlt 50, 60 Leute von der FS bei uns dabei. Also bist du auf jeden Fall in guter Gesellschaft, werden auch einige dann jetzt zum nächsten Wintersemester, zum nächsten Herbst von uns an der FS anfangen. Das Navi spinnt gerade ein bisschen irgendwie, das ist natürlich auch immer schön zu sehen. Wir sind anscheinend gerade zwischen den Hochhäusern, sind wir aber de facto nicht, das war das I know. Ich glaube, wir müssen jetzt hier links. Das heißt, wenn du dann in Frankfurt studierst, dann kannst du natürlich noch öfters bei uns im Office für die regelmäßig stattfindenden Progress-Stories vorbeikommen, weil das ist natürlich erst der Anfang. Das ist Punkt Nummer 1, ich fahre jetzt einmal kurz zurück, weil ich glaube, ich habe hier die Abfahrt verpasst. Und Punkt Nummer 2 ist natürlich, dass du vielleicht jetzt auch schon den besten Döner in Frankfurt kennenlernen wirst. Warst du schon mal in Frankfurt, Schottner? Ja, ein paar Mal. Ein paar Mal, okay. Dann muss ich dir ja keine Stadtführung geben, wäre ich wahrscheinlich auch nicht so gut. Ich würde den Rahmen des Videos sprengen. Ich würde wahrscheinlich den Rahmen des Videos sprengen. Ich bin schon echt gut hungrig. Ich bin am überlegen, ob ich tatsächlich mir einen Döner bestelle, weil ich eigentlich gerade nicht ganz so viel Carbs am Essen bin. Oder ob ich mal gucke, ob es da auch so einen schönen Grillteller oder sowas gibt. Mal gucken. Mal gucken. Und ich bin mal gespannt, ob wir da jetzt gleich filmen können. Dann müssen wir mal gucken. Ich glaube, was wir schon machen können, ist, dass wir uns draußen hinsetzen, da draußen filmen. Aber ich meine, jetzt halb zwei ist natürlich auch viel los dort wahrscheinlich. Und ja, wobei, da sind so diese ganzen YouTube-Vlogger, die waren da alle schon am Start, die so Essence-Reviews und so machen. Das heißt, die sind uns wahrscheinlich schon gewöhnt. Dann sage ich einfach, du sagst dann, Josef, dass ich eine Million Abonnenten habe auf YouTube. Und dann läuft der Hase. Also sprich, da ist die High Society Frankfurt immer am Filmen. Sozusagen, sozusagen. Also ich glaube, dass tatsächlich, weil da ein, zweimal so irgendwelche TikToks voll viral gegangen sind, heißt es jetzt halt echt so, dass der beste Döner in Frankfurt, und dann gibt es so ein, zwei, drei YouTuber, die halt immer so die Döner-Läden testen oder allgemein so Läden testen. Oh shit. Immer Polizei am Start. Immer, wenn man mit der Kamera im Auto unterwegs ist, immer Polizei. So, jetzt staut es sich hier ein bisschen. Aber das wird gleich lecker. Da freue ich mich schon drauf. Und, äh, genau, dann würde ich sagen, schalten wir euch wieder zu, wenn wir uns den Kebab oder den Adernahteller einverleiben. Das ist ein bisschen schmal. Ein bisschen schmal, aber... Ist ja einiges los hier. Einiges los. Ja, die sind wahrscheinlich alle beim Tonnenbuhl, könnte ich mir vorstellen. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich jetzt nicht hier 30 Stockwerke fahren muss. Das ist immer richtig nervig, ja. Ja, ja. So, da ist einer frei. Da parken wir jetzt rein. Und dann wird gegessen. Nee, das ist, äh, das Schiffchen ist Pide. Wir holen einfach ganz normal drei Döner. Ja, jeder einen Döner. Drei Döner mit alles ganz normal, schön scharf. Ja, drei. Drei, ja. Ja, hier draußen. Oh, der hätte ich AB genannt. Ich weiß. Das heißt, du gehörst jetzt zur Community, Mann. Auf jetzt nehme ich auch. Ganz lecker. Ganz scharf. Was ist dein erster Eindruck? Gigantisch. Also wirklich. Es ist echt so ein Schiffchen, ja. Ja. Also, ob wir sehen, die Zitrone, die da drin ist. Genau. Sieht auf jeden Fall anders aus als so ein regulärer Döner. Sieht auch sehr erfrischender aus als so ein regulärer Döner. Ja. Ja, ja. So. Dann, Josef, du hast noch nichts probiert. Ja. War das dein oder? Ist das deine oder? Ja, ist ja egal. Es ist natürlich hier eine sehr schöne Atmosphäre, muss man sagen. Es windet, es ist nass, es regnet. Genau. Und dann beißen wir immer beide rein. Ist ja ein gigantisches Teil. Man muss natürlich sagen, das ist sehr lang, sehr groß. Ja. Und ja, das gönnen wir uns. Alles klar, guten Appetit. Sehr lecker. Wirklich sehr lecker. Der Rucola passt sehr gut immer. Ja. Was wir machen müssen, müssen wir noch ein bisschen Peperoni nehmen. Ab und zu reinmäuschen. Dann wieder in den Lünerrein. Dann wieder rein. Das ist so gut, ja. Besser als der von Bordolski? Oder ähnlich? Sagen wir ähnlich, ganz informatisch. Ähnlich, ähnlich, ja. Anders, aber ähnlich. Benutzen wir hier die Politikersprache. Genau. Ja, in diesem Sinne. Da hat der David auf jeden Fall sein Wort gehalten. Genau, wie du dein Wort gehalten hast. Genau. Und genau, wie ich mein Wort halte, wenn du weiter durchziehst, dann bist du bald da ganz oben drin. Ja, oben. Genau. Hoffentlich. Wo warst du das? Wie war der Döner? Der Döner war super. Und ich bedanke mich an David, dass er mich eingeladen hat. Das war super. Super. Herzlich willkommen. Immer wieder gerne. Und ja, wir haben heute Freitag. Freitagabend einmal im Monat macht wir immer ein Team-Event, ein kleines. Dann müssen wir jetzt noch ein, zwei Sachen verkaufen gehen. Und dann geht's auch schon zurück ins Office und dann finden wir noch eine richtige Progress-Story, die ihr natürlich auch demnächst auf dem Pumpkin Careers YouTube-Kanal finden werdet. Und diesen Kanal auf jeden Fall abonnieren und die ihr natürlich auch auf Spotify und iTunes, Apple Podcasts im BWL-Podcast hören werdet. Genau, ja. Immer schön fleißig zuhören und abonnieren. Und dann wird man auch natürlich eintragen. Genau. So, jetzt sieht man die schönen und hässlichen Seiten der Frankfurter Innenstadt. Hier ist die Barcelona, so eine Bar. Und da sind mal Schüsse gefallen in so einem Rockerkrieg. Am helllichten Tag, glaube ich. Das ist richtig krass. Das heißt, da musst du selber sagen, Joseph, ob du dich da wohlfühlst, wenn du da abends was trinken gehst? Nee, also nur in Begleitung von David. Er kennt sich ja anscheinend aus. Hier ist Helium. Ist, glaube ich, auch genau. Hier so ein bisschen Sehen und Gesehen werden. Nicht so viel Sehen und Gesehen werden, aber ein bisschen Sehen und Gesehen werden. So, jetzt nochmal hier Geheimtipp. Dort war ich im Praktikum zweimal die Woche Mittagessen hier bei Superkato. Das ist so ein japanischer Lebensmittelladen. Aber die haben auch eine Sushi-Theke. Und da war immer eine L-lange Schlange. Nur lauter Banker und Berater denen immer. Weil du halt, sag ich mal, ist jetzt auch nicht nachgeschmissen vom Preis. Aber ist halt für die Qualität, was Sushi angeht, sehr, sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Und der Trick ist, für alle zukünftigen Praktikanten und Praktikantinnen, die da vielleicht was holen wollen. Und für dich auch, Joseph, dann beim nächsten M&A-Praktikum, was vielleicht in Frankfurt dann sein wird. Dass ihr vorher anruft und dann vorbestellt. Das hatten wir dann nämlich irgendwann mal rausgekriegt. Dann haben wir immer angerufen. Dann war das schon vorbereitet. Dann konnten wir uns immer an der Schlange vorbeidrängeln. Weil sonst hat man da immer die halbe Mittagspause damit verbracht, an der Schlange zu stehen. Was natürlich nicht so wirklich effizient war. So, und diese Straßenschlucht hier, da hatten wir eine Szene vom Imagefilm gefilmt, wo ich in so ein Taxi eingestiegen bin. Und das war so anstrengend, weil, wie ihr hier seht, das sind irgendwie drei Spuren. Auf der rechten Spur, weil da vorne ist, also, Joseph, warst du schon mal auf dem Main Tower? Nee, noch nicht. Da kann man nämlich auf den Main Tower hoch. Das ist so eine Aussichtsplattform. Und da stand halt immer so ein Bus mit so Touris. Und wir standen dann links, auf der linken Fahrbahn, mit Warnblinkeranlage, stand das Taxi. Und selbst aus dieser dreispurigen Fahrbahn wurde dann einfach eine einspurige Fahrbahn. Und wie du hier siehst, ist ziemlich viel los auf dieser Straße. Und wenn dann so eine dreispurige Fahrbahn, auf der ziemlich viel los ist, vorne standen wir dann, so eine einspurige Fahrbahn wird, das ist nicht förderlich so für den Puls der Autofahrer und so weiter. Dann wurden wir schon das ein oder andere Mal, wurde der Taxifahrer, ich konnte dafür natürlich nichts, wurde auch das ein oder andere Mal angehubt, hier standen wir. Das wäre vielleicht noch ganz lustig, aber die Aussichtsplattform, die ist auf jeden Fall immer einen Besuch wert. Da ist auch oben ein Fitnessstudio drin, da ist auch oben ein Restaurant drin. In dem Restaurant wollen wir dann auch essen. Da ist es wirklich nett, aber da muss man drei Wochen im Voraus reservieren. Ach, ist es das 20 Second oder so? Could be, could be. Vielleicht. Rooftop-Bau oder so? Ja, ist schon ein Restaurant. Wie heißt das? Das heißt, ich habe keine Ahnung, wie es heißt, schreibt mal gerne unten in den Kommentaren, wie es heißt. Das ist dann der Tonnbuhl ein bisschen noch mal edler. Und ich weiß auch nicht, ob es da unbedingt dann so viel Döner, Kebab oder Ader nach Spieße gibt, sondern da gibt es dann halt eher, was wird da geben, so Tatar und so Geschichten. Aber es war auch in Ordnung, war jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, war schlecht. Ich habe schon Wässeres gegessen, aber das heißt natürlich auch vor allem für die Aussicht, für den Ausblick, der da wirklich auch einzigartig ist, muss man sagen. Und hier wird scheinbar ein neues Hochhaus gebaut. Hier sind jetzt auch gerade ein Haufen Investmentbanken um uns herum tatsächlich. Hier, wo sind wir denn gerade? Warte mal, dann zeige ich dir mal ein bisschen was. Hier ist die chinesische Bank of Communications. Keine Ahnung. Da links ist dann Lazar, Junghofstraße. Genau, hier sind dann ziemlich viel so PIs und M&A-Boutiquen so hier in diesen Gebäuden. Da vorne ist Bain, sitzt Bain. Da vorne links sitzt Rothschild. Also das ist hier so ein bisschen die, diese 500 Quadratmeter oder so, ist so ziemlich alles vertreten. Dann links zwei Häuser weiter in dem einen Gebäude sitzt Goldman Sachs und Bank of America. Was gibt es denn hier noch? Hier oben, hier rechts, stimmt, da war die Szene, da haben wir so diese Szene in diesem Aufzug gefilmt. Auch in dem Image-Film. Da saßen so ein paar ziemlich, er saßt da drin, warte mal. Ich glaube, das waren irgendwelche Asset-Manager oder vielleicht sogar ein Hedge-Fund. Ist gar nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Genau, 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 genau. Aber auf jeden Fall nett hier. Da sitzt logischerweise die UBS. Dahinter ist da nochmal Bärenberg. Da hinten in der Welle, hinter der alten Oper, ist City. Das Investmentbanking von City. Was gibt es sonst noch zu sehen? Da ist der Ralf-Lorens-Stor, wo ich mit Niklas Stenfert war. Ist natürlich auch sehr wichtig. Genau, beim UBS-Turm ist, glaube ich, auch Roland Berger drin. Also das Frankfurter Office von Berger. What else can I tell you? Wo hast du nochmal im UBS-Tower dein Praktikum gemacht? Ganz oben? In welcher Etage, ja. Das ist auch wirklich die Standardgeschichte. 34. Etage, glaube ich, war das. Und da vorne, und damit schließt sich der Kreis wieder, ist unser neues Office. Da können wir jetzt, da ist es, das neue Office. Passend natürlich zur restlichen Branchen. Aktuell sind wir ein bisschen außerhalb, aber wir gehören ja immer mehr und mehr noch eher dazu, als wir sowieso schon dazugehört haben. Wir sind auch immer mehr von unseren Leuten bei den ganzen Firmen. Du dann auch in ein bis zwei Jahren. Das dritte, vierte Semester muss schon gemacht werden, um da bei der Ballsprecke zu sein. Aber dann, wenn der Rest stimmt, läuft der Hase. Und dann natürlich auch beim Track mitmachen. Genau, im Western-Banking-Track, im Elite-Coaching. Das ist ganz wichtig, wenn der Anruf kommt vom O-Nur für den Track, dass du dann auch direkt reinkommst. Aber da haben wir genug Case Studies, dass das auch sehr gut funktioniert. Genau, da oben ist dann das neue Office tatsächlich. Hier habe ich früher immer trainiert, weil unser altes Office war auch dort in dieser Straße. Ja, da ist Schumaira, auch ein ganz nettes Hotel, muss man sagen. Ganz gute Aussicht in Frankfurt. Und ansonsten hat sich, glaube ich, jetzt so diese Frankfurter Struktur auch erledigt. Das sind so die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, die wichtigsten Finanzinstitute, haben wir jetzt eigentlich, oder einige der wichtigsten. Also bitte hier jetzt nicht Morgan Stanley oder JP Morgan, die nicht namentlich erwähnt wurden. An denen sind wir nicht ganz genau vorbeigefahren, aber fast vorbeigefahren. Dürfen natürlich auch hier hinzugezählt werden. Und die Blackstones und so weiter dieser Welt bitte hier nicht vernachlässigt fühlen. Und ansonsten, da vorne ist der Friseur unseres Vertrauens. Der BWL-Friseur. Der BWL-Friseur, Mr. Omar. Aber da fahren wir jetzt gar nicht hin, sondern wir fahren jetzt hier in die zweite Rechtsreihe zu Sportcheck. Und genau, damit würde ich sagen, sind wir hier ganz gut in der Innenstadt in Frankfurt. Bedient. Drei in eins. Drei in eins. Stadtrundfahrt, Döner-Story und Parker-Story. So muss es sein. So, wir haben jetzt alles gekauft, was wir organisieren mussten. Wir fahren jetzt wieder zurück zum Office. Vielleicht ein letztes Thema, worüber wir auf der Fahrt noch sprechen könnten, Josef. Also ein bisschen das Thema, wann lohnt sich das Elite-Coaching? Beziehungsweise irgendwie vielleicht auch so ein bisschen dieser finanzielle Aspekt. Wie fandest du das Thema? Was kannst du uns dazu sagen? Ja, also zu Beginn muss man ja sagen, man findet ja nicht viele, sage ich mal, Preise über das Coaching erstmal im Internet. Dafür muss man ja erstmal bei der Status Quo-Analyse ja mitmachen. Und wann es sich lohnt, um diese Frage zu beantworten, würde ich sagen, also entweder kommt man ins Early-Bird-Programm oder halt direkt ins Elite-Coaching. Und ja, also man zahlt da halt diesen gewissen Preis und man kriegt das aber sofort wieder raus mit den Praktika. Es ist eine Art Selbst-, also eine Eigeninvestition. Genau wie das Studium an der Frankfurt School sozusagen. Das kriegt man auf jeden Fall raus. Das geht ein bisschen schneller bei uns. Man kriegt es wahrscheinlich ein bisschen schneller wieder rein. Wie findest du, also ich weiß nicht, hattest du das neulich auf dem Discord gelesen, wo ich das auch gepostet hatte, warum wir das so machen. Genau. Also wie findest du so die Herangehensweise, dass wir sagen, die Preise, die werden halt jetzt, also die werden jetzt nicht gewürfelt oder sonst was. Jeder zahlt zum gleichen Zeitpunkt immer das Gleiche für das Gleiche Programm. Aber trotzdem, dass wir das halt nicht auf der Webseite aufschreiben, sondern halt sagen, hey, wenn du dich dafür interessierst, dann trag dich ein, dann schauen wir uns mal an. Und falls wir merken, das passt, dann erfährst du dann ganz genau, was es kostet und so weiter. Wie findest du so das? Kannst du es nachvollziehen, warum wir es so machen? Ja, also ich kann es auf jeden Fall absolut nachvollziehen. Das ist ja auch zum, sag ich mal, zum Eigenschutz. Das hat ja auch mit Privatsphäre und Datenschutz zu tun. Und das ganze Coaching ist ja auch sehr individuell auf einen zugeschnitten. Dementsprechend kann man da jetzt den Preis ja nicht die ganze Zeit im Internet nennen. Ja, es ist halt so ein bisschen schwer einzuordnen. Du kannst, das ist so umfangreich, was wir machen. Es ist jetzt nicht so, dass es immer individuelle Preise pro Person gibt, sondern wir haben verschiedene Programme. Und je nachdem, was deine Ausgangssituation ist, was deine Ziele sind, ist es halt ein unterschiedliches Programm für die sinnvoll, was dann auch einen unterschiedlichen Umfang hat am Ende des Tages. Und das ist halt sehr wichtig, dass du diesen Umfang auch wirklich einordnen kannst. Und wenn wir da einfach nur irgendwas auf eine Webseite schreiben mit drei Bullets, das ist halt auch in der Status-Fuhr-Analyse wird der Umfang nicht komplett klar. Also selbst da wird der Umfang noch nicht komplett klar. Und das ist ein anderthalb- bis zweihstündiges Beratungsgespräch, das wirklich komplett auf deine individuelle Situation eingeht und dir wirklich individuell zeigt, wie es Elite Coaching dabei helfen wird. Und selbst da wird der Umfang nicht klar. Aber da können wir es wenigstens irgendwo ins Verhältnis setzen. Deshalb findet man das nicht auf der Webseite. Aber Josef, sehr gutes Beispiel, direkt mit dem ersten Praktikum vor dem Studium schon wieder drin. Und allerspätestens dann mit den weiteren Praktika hast du es direkt wieder drin, kannst du es von der Steuer absetzen normalerweise, klappt das immer sehr gut. Und langfristig, wer das nicht checkt, wie sich das lohnen wird, allein durch das Netzwerk und so weiter, um ein Hundertfaches, der ist vielleicht in diesem Berufsfeld dann auch ein bisschen falsch aufgehoben, weil er nicht mehr als zwei Gehirnzellen hat, sage ich mal. Und damit beenden wir diesen Vlog. Wenn ihr Tonnbuhl ausprobiert, sagt liebe Grüße. Und wenn ihr euch auch für Elite Coaching bewerben wollt, wenn ihr sagt, hey, ich habe doch eigentlich eine bessere Ausgangssituation als der Josef. Ich habe doch ein besseres Abi als 3, irgendwas. Was nicht schwer ist. Aber warum habe ich kein M&A-Praktikum vor dem Studium? Dann liegt das vermutlich daran, dass du, und das ist auch absolut kein Problem, einfach nicht weißt, wie es geht. Und du siehst hier ein sehr gutes Beispiel dafür, es geht. Wir haben das jetzt über zwei, drei Jahre sehr intensiv herausfinden müssen, wie das geht. Anhand, in der Zusammenarbeit mit über 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, das kannst du selber nicht herausfinden. Du musst dir keinen Vorwurf machen, aber du musst dich halt einfach bei uns eintragen, damit du dieses Wissen ebenfalls bekommen kannst und mit unserer Unterstützung ebenfalls solche Erfolge erzielen kannst. Ja, die, egal wo du stehst, egal ob du am Anfang bist, wir haben ja auch, sage ich mal, wenn du schon ein bisschen weiter bist, hier wie der Michael nach dem vierten Semester bei JP Morgan Summer Analyst Programm zu machen im Investment Banking in London. Das könnte auch ein Ziel sein, wenn du auch da sagst, hey, ich könnte das doch eigentlich auch machen, warum schaffe ich das nicht? Nun, du weißt halt nicht, wie es geht. Und wie gesagt, da musst du dich nicht für schlecht fühlen, das ist kein Vorwurf oder sonst was, aber das ist einfach ein Zeichen, dass du dich mal bei uns einträgst, denn wir haben erwiesenermaßen, und es gibt noch viel, viel mehr Erfolge, die gar nicht öffentlich sind, wir haben erwiesenermaßen in all diesen Bereichen sehr viel Ahnung, sowohl was das Thema angeht Investment Banking, als auch Strategieberatung, als auch Priority Equity. Wir können dich da sehr viel schneller, einfacher und sicherer reinbringen, als wenn du es alleine versuchst. Dazu einfach mal auf pumpgekurs.com gehen, sich auf die Kurs- und Freie-Status-Ko-Analyse bewerben und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, viele Grüße, David und Josef. Ciao, ciao.